Hallo ihr Lieben! Wie ihr seht, ich bin ungeschminkt. Ich bin auch vor einer Stunde erst aufgestanden und ich habe heute mal sozusagen eine Challenge für euch. Und zwar die One Hand Challenge. Die habe ich vor kurzem bei irgendjemandem gesehen. Und ich habe die witzig gefunden, weil ich denke, ich kann mich mit links nicht so gut schminken. Und ja, dann fangen wir mal an. Vorweg noch, ich werde zwischendurch immer mal geradeaus gucken und nicht in die Kamera, damit ich mich auch sehe in einem Spiegel. Und ja, eben achtet einfach mal drauf, dass ich nur mit der Hand schmink. Und ja, dann fangen wir mal an. 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 So, dann fangen wir mal an. Und ja, 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 bis zum nächsten Mal. Und ja, dann fangen wir mal an.